Haltet eure Haarspangen fest, ich habe unglaublich aufregende Neuigkeiten. Ich habe vorhin eine gute alte Bekannte getroffen und seht mal, was sie mir gegeben hat. Sind das Einladungen? Zum königlichen Ball? Heute? Ganz genau, wir sind alle eingeladen. Hier bringe ich noch mehr Perlen. Allerdings noch mit Verpackung. Kuda, wir gehen auf den königlichen Ball. Und zwar im Schloss. Oh nein. Das ist heute. Ach ja? Was sollen wir bloß anziehen? Das ist heute. 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 Einfach die Perspektive wechseln. Los geht's. Seid ihr bereit für eine neue Spielrunde? Na klar. Spielbereit. Willkommen in den Cupcake-Höhlen. Es ist entzündend, dass wir Lamas sind. Denkt dran. Wir müssen über den Mixer und an den Zuckerfliegen vorbei. So weit, so gut. Lasst euch nicht vom Streuselregen treffen und schon sind wir da. Kommt mir über die Hand vor. Passt auf die Beeren mit den Cupcakes auf. Barbie, es hat funktioniert. Ja, dein Code war der absolut richtige. Juhu. Na ja, ich wäre nur halb so gut ohne die Hilfe meiner Freunde. Hey, Chelsea. Mädels, da ist jemand, mit dem ich sprechen möchte. Ich logge mich erst mal aus. Toll gemacht, Barbie. Es ist Zeit, das zu feiern. Wir sehen uns. Bis dann, Mädels. Wo warst du? Was ist das? Eine Trophäe. Eine Trophäe? Für was? Die ist für jemanden, der mich inspiriert hat, über den Tellerrand zu schauen. Wer war das? Du. Ich? Wirklich? Ja, wirklich. Oh, toll. Weißt du, was außerdem toll ist? Nein. Was? Was hältst du von einer Runde? Was hältst du von einer Runde? Y, W, A, T, H, C, H, I, W, J, W, A. Game over. Game over. What's up? One more time. Weißt du? Oh nein, es tut mir wahnsinnig leid. Ach, Quatsch ist schon gut. Das war unverzeihlich. Ich fühle mich wirklich schrecklich. Bitte. Danke sehr. Oh, Entschuldigung. Ich habe mich verspätet. Entschuldigung akzeptiert. Blair wird Ihre Tanzpartnerin sein. So, Gentlemen, geben Sie jetzt Ihrer Partnerin einen leichten Handkuss und tanzen Sie. Milady, ich bin Nicholas. Ein junger Bursche aus dem Osten. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenlernen zu dürfen. Klang das irgendwie höflich? Ja, auf jeden Fall. Kannst du das noch toppen? Ich, oh Holder Bursche, bin Blair. Eine Magd aus Gardenia. Ich fühle mich geehrt, von eurer Bäuerlichkeit begrüßt zu werden. Wow, sehr gut. Naja, geht so. Oh, mehrso. Oh! 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 Musik 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 Das war Musik Ist schon gut. Beruhige dich, wir kriegen das schon wieder hin. Ich will dir helfen. Okay? Oh nein, dein Bein steckt richtig fest, nicht wahr? Ich weiß, das tut weh. Bleib ruhig. Ganz ruhig, mein Mädchen, ganz ruhig. Genau, ganz ruhig. Ich weiß, das tut weh. Ich weiß, mein Mädchen, ganz ruhig. Ich weiß, das tut weh. Ich weiß, das tut weh. Oh, du blutest ja. Ich will dir doch nur helfen. Es ist alles in Ordnung. Das bin ich dir schuldig. Wegen der Wölfe. Du bist so majestätisch. Ich glaube, ich nenne dich Majesty.